Werner Klatten das schon halb anmoderiert, Symphonie auf Rädern, was sich dahinter verbirgt, das wollen wir Ihnen jetzt gleich zeigen. Ich sag nur so viel. Erstens, gleich werden hier Sportlerinnen und Sportler sein, Athletinnen und Athleten vom Landeskader bis zur olympischen Goldmedaillengewinnerin. Die haben für dieses Ereignis dezentral geprobt und dann unter der Choreografie des wirklich bedeutenden Mark Bongards eine Kunstform geschaffen, um Sport und Sportarten zu präsentieren, auf die wir uns besonders freuen dürfen. Wir danken der Glücksspirale, die über Jahrzehnte ein enger Partner der Stiftung Deutsche Sporthilfe ist und ein großer Förderer des Sports. Ohne die Glücksspirale gäbe es diese Vorführung jetzt nicht, so ganz klar kann man es sagen. Freuen Sie sich auf, das habe ich mir aufgeschrieben, 79 Medaillen bei Weltmeisterschaften, davon 45 Goldene, 13 Medaillen bei Europameisterschaften, eine bei den Paralympics und 74 deutsche Meistertitel. Das haben die Sportlerinnen und Sportler errungen, die jetzt zu Ihnen kommen. Meine Damen und Herren, eine Symphonie auf Rädern. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.